Willkommen! Ich bin überglücklich, endlich wieder dein Gesicht zu sehen. Aber jetzt ist keine Zeit für Freudenbotschaften. Wir müssen Segel setzen. Es gilt viele Sehmalen finsterer See zu durchmessen. Und diesmal ist dein Kompass auf nichts anderes als auf das Ende der Welt gerichtet. Du wirst viele Entscheidungen während dieses Abenteuers treffen müssen. Aber jetzt wähle zunächst deinen Weg. Bald wirst du dich für eine Seite entscheiden müssen. Bursche, du verlauster jämmerlicher hässlicher Köter. Was hast du zu Saat? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.